Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Nr. 122 Heute geht es unter anderem um den Hobel, den Eierwärmer und die Schuhe. Der Hobel Bei der Bearbeitung von Holz erzielst du mit dem Hobel glatte Oberflächen. Um richtig zu hobeln, ist eine scharfe Klinge unerlässlich. Die Gastronomie Der deutschen Gastronomie fehlen zahlreiche Arbeitskräfte. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Deutschlandweit sind zehntausende Stellen frei. Die Gänsehaut Wer sich nach einem Sprung ins Wasser nicht trocken rubbelt, fängt schnell an zu bibbern und bekommt Gänsehaut. Das betrifft Hunde genauso wie Menschen. Der Schmetterling Der Schmetterling sitzt auf dem Pilz. Schmetterlinge wiegen zwischen 2 und 14 Gramm. Die Anzahl der Schmetterlinge nimmt seit Jahren ab. Der Einkaufswagen Der Junge füllt seinen Einkaufswagen. Viele Supermärkte stellen kleine Einkaufswagen für Kinder bereit. Die Meditation Die Frau sitzt auf der Waschmaschine und meditiert. Sie hat sich für ihre Meditation einen ungewöhnlichen Platz ausgesucht. Die Spielumgebung Kinder können sich schon im Säuglingsalter kurze Zeit alleine beschäftigen. Trotzdem sollten sie, bis sie drei Jahre alt sind, nie unbeaufsichtigt bleiben. Mit einer reizvollen Spielumgebung kann zum Alleinspielen animiert werden. Die Konditorei Konditoren und Konditorinnen stellen Torten, Kuchen, Pralinen und Konfekt her. Auch Marzipan und Zuckererzeugnisse, Salz, Käse und Dauergebäck findest du in der Konditorei. Die Herstellung von Speiseeis gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich des Konditors. Der Eierwärmer Ein Eierwärmer wird auch Eierhaube oder Eierhütchen genannt. Er dient zum Warmhalten deines Frühstückseis. Du legst dein Ei in einen Eierbecher und stülpst die Haube darüber. Das Rotkehlchen Die Frühaufsteher unter den Gartenvögeln sind die Rotkehlchen. Sie gehören zu den beliebtesten Vogelarten. Rotkehlchen erfreuen uns auch im Winter mit ihrem Gesang. Der Strauchschnitt Der beste Zeitpunkt zum Strauchschnitt ist im Frühjahr. Man kann Sträucher auch im Herbst schneiden. Dadurch sind die Pflanzen aber stärker frostgefährdet und blühen nicht so ausgiebig. Die Fußgängerbrücke Unsere Wanderung führt uns durch unwegsames Gelände. Es gibt aber Fußgängerbrücken zur Überquerung von kleinen Bächen. Die Brücken sind aus Holz oder Metall. Das Kanu Unsere Wochenenden verbringen wir am See. Wir tragen das Kanu bis zum Wasser. Dann kann unsere Paddeltour beginnen. Der Frost Der Frost Sinkt die Temperatur auf unter 0 Grad, spricht man von Frost. Bei Bodenfrost kann die Lufttemperatur in 2 Metern Höhe noch 4 Grad betragen. In Bodennähe unterhalb von 5 Zentimetern liegt die Temperatur unter dem Gefrierpunkt. Der Rollstuhl Wenn das Gehen schwerfällt oder nicht mehr möglich ist, kann ein Rollstuhl zum Einsatz kommen. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kann aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Modellen wählen. Die roten Schuhe Melanie sucht schon lange passende Schuhe zu ihrem Outfit. Jetzt hat sie sie gefunden. Die roten Turnschuhe sind perfekt. Das Tablet Der Opa von Susanne hat ein Tablet gekauft. Er kann aber nicht damit umgehen. Susanne hat ihm zunächst ein E-Mail-Konto eingerichtet. Sie zeigt ihm, wie er E-Mails beantworten kann. Der Grill Lars und seine Freunde verbringen den Tag am Strand. Gegen Abend holen sie den Grill. Sie grillen verschiedene Spieße. Es gibt hauptsächlich Fleisch. Das Bügeleisen Im Alltag ist das Bügeleisen unverzichtbar. Denn nur ein faltenfreies Hemd sieht ordentlich aus. Elfriede bügelt die Hemden ihres Mannes immer freitags mit dem Dampfbügeleisen. Die Rollschuhe Auch in Deutschland sieht man immer mehr junge Leute mit Rollschuhen. Rollschulfahren gehört auf jeden Fall zu den neuen Hobbys. Du kannst dadurch deine Kondition trainieren. Das Golfspiel Die Menschen begannen im 15. Jahrhundert mit dem Golfspiel an der Südküste von Schottland. Im Unterschied zum heutigen Golf gab es jedoch damals keine Löcher. Die Paprika Christopher Kolumbus brachte Paprikaschoten gleich bei seiner ersten Reise mit nach Europa. Paprika gibt es heute in jedem Supermarkt. Man kann sie in vielen verschiedenen Variationen verwenden. Die Sanduhr Neben dem Chronometer war die Sanduhr ein wichtiges Instrument für die Zeitmessung bei der Seefahrt. Auch heute noch werden Sanduhren beim Eierkochen verwendet. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Die Sommerreifen Während des Winters müssen die Sommerreifen gelagert werden. Kompletträder werden waagerecht gelagert. Reifen ohne Felgen werden senkrecht gelagert. Der Baum Der Baum ist ein starkes Symbol für Wachstum und Dauerhaftigkeit. Das fließende Wasser beruhigt. Angelika sitzt gerne an diesem Ort. Hier kann sie in Ruhe nachdenken. Die Wärme Draußen ist es kalt. Frauchen und Hund brauchen Wärme. Sie setzen sich vor den Kaminofen und genießen die Wärmestrahlung. Die Autobahn Die Autobahn Die Autobahn ist gesperrt. Eine Brücke wird abgerissen. Alle Fahrzeuge müssen die Autobahn verlassen. Sie werden umgeleitet. Die Uhr Marvin ist an seinem Bestimmungsort angekommen. Er schaut auf seine Uhr. Marvin hat noch 30 Minuten Zeit. Er geht in ein Café und trinkt einen Becher Kaffee. Die Ausstellung Franzi und ihre Mutter sind in einer Ausstellung. Es gibt dort die unterschiedlichsten Bilder. Franzis Mutter gefällt das Bild, vor dem sie stehen. Sie möchte es kaufen. Der Reisebericht Tina hat einen Reisebericht am Laptop geschrieben. Sie hat den Bericht gerade an ihre Redaktion geschickt. Ihre Arbeit ist beendet. Tina schaut auf die Tür. Sie hat draußen das Auto ihres Mannes gehört. Der Strohballen Das Pärchen sitzt auf einem Strohballen. Mit einer Ballenpresse wird in der Landwirtschaft anfallendes Heu und Stroh zu Ballen gepresst. So kann man Stroh platzsparend lagern. Der Motorroller In seiner Jugend ist Erwin Motorroller gefahren. Jetzt möchte er das Gefühl der Freiheit noch einmal erleben. Er hat sich einen Motorroller geliehen und fährt mit seiner Frau durch die Stadt. Das Doppel Das Doppel ist eine Spielvariante in einigen Ballsportarten. Jeweils zwei Spieler treten gegen zwei andere Spieler an. Der Parkplatz Der Parkplatz Nina steht vor einem leeren Parkplatz. Ihr Auto ist verschwunden. Sie ruft die Polizei. Dort fragt man sie, ob sie in der richtigen Parkebene nach ihrem Auto sucht. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020